Was ist Ihr Problem? Ich habe große Schwierigkeiten, meine Gefühle zuzulassen. Und das äußert sich in wutaggressiven Schüben. Haben Sie das schon lange? Ja, schon seit ich ein Kind war. Aber immer, wenn ich versucht habe, mit meiner Mutter darüber zu sprechen, darüber zu reden, hat sie nur gesagt, ich soll mich nicht so anstellen und ich soll nicht so ein Lappen sein. Gott, das ist ja furchtbar. Und? Was und? Na, haben Sie das mal versucht? Na, haben Sie das mal versucht? Na, haben Sie das mal versucht?